Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Osu und ich rede jetzt in Megateros die ganze Aufnahme zu. Okay, du darfst. Haben wir nicht eigentlich abgemacht, dass ich die Aufnahme heute mache? Du nimmst ja auch halt den Züge auf. Ich habe nur die Anmoderation gemacht. Ja, wir spielen hier Osu. Ja, kurz zu sagen, hier kommt nämlich ganz viele Bündchen, über Kreise, die wir drauf drücken müssen. Ja, er hat schon eben abgemacht. Ja, und euch machen wir. Ich weiß nicht, wir werden sie. Aber leider werde ich nicht mehr. Oh, mach dir nichts draus. Ja, dann drücken wir mal bereit. Weil das habe ich schon. Hallo Zuschauer von Megateros. Megateros schreibt an mit großem Film. Ja, aber dich ganz richtig schlagen. Moment. Hier. Passt so? Ich glaube die 98 ist so ein... Genau, so schreibt man mich ganz bestimmt. Gut. Kann losgehen. Nachher im Moment, ich muss das Spiel starten. Die 98 ist ja so ein Dechiffrierungscode für LP. Mhm. So, hier kommen gleich die Zügelchen, wo man drauf drücken muss. Und je nachdem wie man drauf drückt. Ah. Hab mich verdrückt. Und der Punkte kriegt man. Nein. Hab schon einen Fehler. Ich... Ah, ich bin total raus. Scheiße. Und das ist der Anfang. Der ist noch gar nicht so schwierig. Also ich fang den Anfang immer hier leicht. Aber jetzt gleich kackt. Wie hast du jetzt Punkt? Aber du hast lieber gezahlt. Tja. Da war grad Pause. Zu viele Bewegungen. Gleich kackst du eh ab. Das ist nicht so einfach wie Fairy Tail. Merke ich. Hier kommt der überhaupt noch weiter. So. Und die Pros sagen jetzt... Mach bitte nichts. Bei Fairy Tail gehe ich immer. Ich bin noch da. Ja. Ja, ich seh jetzt. Ich hab ja Zeit zum gucken. Ja. Ich könnte jetzt eventuell nochmal reinkommen, wenn ich genügend guckt hab, um den beiden nach oben zu fällen. Aber das ist eigentlich immer gut. Und wir machen immer einen Song. Und dann ist es im Folgen. Deswegen könnte ich folgen. Jedenfalls mach ich das so. Wenn du es anders machen möchtest, kannst du es gerne so machen. Aber... Na gut. Na gut. Du hast mir vorgeschlagen, das aufzunehmen. Ja. Stimmt. Ja. Hier sieht man mal meine Performance. Die war ja super toll. Ich ging ab. Wie man sieht. Ja. Und das... Der nächste Part, der wird wahrscheinlich wieder bei ihm. Na. Ich sag's so. Bei mir klingst du grad irgendwie ein bisschen merkwürdig über Skype. Roboter. Oder nicht. Nee. Irgendwie. Manchmal kriegst du normalen und dann Echos so ein bisschen. Ich weiß auch nicht warum. Ja. Ich geh ein bisschen nach rechts. Also. Ich würde mal sagen, das war's für die Folge. Und wir sehen uns beim nächsten. Ciao. Ciao.